Wann denn jetzt? Bist du schon am Film? Ja. Bist du sicher? Ganz sicher? Da kommen Leute, ist peinlich. Hallo zusammen. Heute machen wir ein Video vom Aquazon Lübbecken Museum hier in Düsseldorf. Eigentlich wollte ich das nicht machen, aber meine Kinder wollten das. Ihr könnt euch auch mal einen Eindruck verschaffen von dem schönen Museum, was wir hinter uns haben. Gibt's ja schon länger, ist neu renoviert worden letztes Jahr. Wir sind mal gespannt, wie euch es gefällt. Ansonsten alles klar. Tschüss! Musik 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 überlegen wir zu Hause unter dem Mikroskop ansehen. Theodor Löwegemann, Apotheker und Naturvorscher aus Landtag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Solltet ihr Fragen zum Museum haben, dürft ihr die gerne unten in die Kommentarfunktion posten. Ansonsten würden wir uns immer über einen Daumen hoch freuen. Und natürlich nicht zu vergessen, den Kanal zu abonnieren. Bis dann!